Dringend! Soll Trainer Gerardo Sioane bei Borussia Mönchengladbach weitermachen? Die Saison 2023-2024 war für Borussia Mönchengladbach eine herausfordernde Zeit, die mit nur 34 Punkten endete, der vierthöchsten Anzahl in der Geschichte des Vereins in der Bundesliga. Mit einem Team, das darum kämpfte, die Abstiegszone zu vermeiden, wird die Zukunft von Trainer Gerardo Sioane intensiv diskutiert. Die Frage lautet, soll Sioane weiterhin das Kommando über Gladbach führen? Sioane, der erklärte, dass er voller Energie sei, seine Reise mit dem Verein fortzusetzen, sieht sich wegen einer enttäuschenden Saison heftiger Kritik ausgesetzt. Dennoch betont Sportdirektor Roland Wirkus, dass sich die Analyse auf Inhalte und Prozesse konzentrieren sollte und nicht auf sofortige personelle Änderungen. Wirkus unterstreicht die Bedeutung einer konstruktiven und kritischen Bewertung, ohne die gesamte Verantwortung auf den Trainer zu schieben. Die Saison war geprägt von inkonsistenten Leistungen, die in einer deutlichen 0 zu 4 Niederlage gegen den VfB Stuttgart gipfelten. Sioane erkannte die Notwendigkeit, richtige Entscheidungen bezüglich der Spielweise und der beteiligten Spieler zu treffen und deutete an, dass viel Arbeit vor ihm liege. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen und viele gute Entscheidungen über unsere tägliche Arbeit, wie wir spielen wollen und mit welchen Spielern treffen. Wir sind uns alle bewusst, dass viel Arbeit vor uns liegt, erklärte der Trainer. Roland Wirkus hingegen ist der Meinung, dass die Entlassung des Trainers nicht die effektivste Lösung ist. Es ist immer sehr, sehr einfach, alles auf den Trainer abzuwälzen. So einfach dürfen wir es uns nicht machen, sagte Wirkus. Er argumentiert, dass Kontinuität für den Verein von entscheidender Bedeutung ist und dass Anpassungen notwendig sind, vielleicht sogar innerhalb des Trainerteams, jedoch ohne drastische sofortige Veränderungen. Die Analyse der Saison hatte bereits begonnen, bevor das letzte Spiel stattfand, als das Team den Klassenerhalt in der Bundesliga sicherte. Wirkus betont, dass alle Aspekte überprüft und Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen. Wir können so nicht weitermachen. Wir müssen alles analysieren und die richtigen Maßnahmen ergreifen, erklärte er. Während Spieler wie Rockor Reitz und Robin Hack positive Highlights waren, fiel die enttäuschende Leistung einiger erfahrener Spieler auf. Wirkus betonte die Notwendigkeit größerer Stabilität durch erfahrene Spieler, um die Entwicklung junger Talente zu unterstützen. Die nächste Saison verspricht weitere Herausforderungen, mit einem neuen Kapitel der Umstrukturierung, das bevorsteht. Borussia Mönchengladbach muss kreativ und strategisch bei den Verpflichtungen vorgehen, angesichts der finanziellen Einschränkungen durch die Pandemie und den Verlust von Spielern ohne finanzielle Entschädigung. Man muss schauen, was nah an die Spielidee herankommt. Wenn der Kader steht, kann man sehen, was möglich ist, nicht umgekehrt, erklärte Wirkus. Die Verpflichtung von Philipp Sander von Holstein Kiel ist praktisch sicher und wird einer der ersten Transfer des Vereins in dieser Transferperiode sein. Trotzdem sollte die Veränderung keine Entlassung von Sioane beinhalten. Meiner Meinung nach ist es momentan die richtige Entscheidung, Gerardo Sioane zu behalten. Der Mangel an Kontinuität und die ständigen Trainerwechsel haben dem Verein bisher nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Sioane die Gelegenheit zu geben, seine Ideen mit einer angemessenen Planung und neuen Verstärkungen umzusetzen, könnte der Schlüssel zu einer stabileren und erfolgreicheren Saison sein. Geduld und der Aufbau einer langfristigen Arbeit sind entscheidend für den Erfolg jedes Fußballteams und Borussia Mönchengladbach sollte keine Ausnahme sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Saison zwar hinter den Erwartungen zurückblieb, die Verantwortung jedoch nicht ausschließlich bei Gerardo Sioane liegen sollte. Kontinuität zusammen mit strategischen Anpassungen kann dem Verein die nötige Stabilität verleihen, um zukünftige Herausforderungen zu meistern und bessere Ergebnisse zu erzielen.